Okay, okay. Okay, okay. Is you ready? Was ist mein Lieblingsessen? Sushi. Okay, okay. Was ist mein Lieblingstier? Hund. Was ist dein Lieblingstier? Krake. Yeah. Fendi, hast du gehört? Was ist mein Sternzeichen? Sushi. Ja, okay. Warte mal, du kannst dich so schnell drücken. Du musst ja mir auch ein bisschen... Wer ist mein Celebrity-Crush? Was? Was heißt Celeb... Klar. Was ist dein Star-Crush? Ja. Wie viele Schwestern habe ich? Fünf. Das ist so gut, aber ich will nicht... Okay. Was ist meine Lieblingsblume? Pinkstrose. Ich bin so da. Was ist mein Bodycard? Okay. Was ist mein... Ich bin so gestorben gerade. Was ist mein Lieblingsgetränk? Rotwein. Das geht schon rein. Was? Warte, Tee. Oh, ja... Was ist meine... Was ist meine größte Angst? Was? Deine größte Angst? Ja. Ich weiß es nicht. Mich zu verlieren. Ja, das stimmt auch. Spass. Was ist deine größte Angst? Diese Vögel mit den langen Hälsen. Oh ja, okay. Dann... Aber das ist deine größte Angst, oder was? Ja, doch schon. Also dich verlieren. Klar, oft wird, aber die sind schon... Wenn die dabei wären, während ich dich verliere. Das ist richtig schlimm. Gut. Warum bist du gut? Ich war schon ein paar Mal unter Wasser. Ja, aber... Nicht so oft. Okay. Was ist meine Lieblingsmarke? Prada? Nee, aber... Ich weiß überhaupt nicht was. Ja, ich wusste. Ja, ich wusste. Je wirst gettaît, wenn... Ich bin der Bisterst 쓰러feiert. Ich bin der Bisterstin.